So, gut, das kommt ja so weit hin. Was ist das jetzt für eine Höhle? Hey, Mann. Alter, es wird dunkel. Wir leben gefährlich. Wir leben gefährlich. Ja, Mann. Wett grad hier. Wir leben jans gefährlich. Wie, weißt du, fauler Hund. Da liegt er und pennt, weißt du. Und andere müssen hier wieder schuppen. Ja. Rangordnung. Ja, da müsste ich mich ja ins Bett legen, du hippe. Ja, mach's aber nicht. Also bin ich das jetzt. Hippe, du hippe. Alter. So. Hat er einfach zu. Hier, ein Loch zu mir. Was? Ein Loch zu mir? Ja. Ich mag das nicht, wenn du so versaute Sachen hinter meinem Rücken machst. Zack. Ist zu. Jetzt kannst du nicht mehr. Hör mal. Ich will mal eben was gucken. Okay. Hier sind wir doch schon auf der Ebene. Pass mal auf, dass wir das auf dieser Ebene... Auf welche? Dann kann ich schon mal hier da alles machen. Hier, die Ebene nehmen wir an. Ja, okay. Hier machen wir alles auf einer Ebene. Bis an die Wand da hinten, oder? Ja, genau, genau, genau. So, pass auf, dann brauchen wir hier nämlich gar nicht viel weiter runter. Ich zieh mal eben eher darüber. Von dieser Ebene aus. So, pass mal auf. Das werden wir ja... Achso, ich baue hier sofort massiv. Also nach unten auch sofort hin. Soweit wie ich jetzt dran kann. Äh, dann wird's jetzt schon schwieriger. Na, komm schon. Okay, pass auf. Ich geh mal hier runter. Dann kann ich auch von hier auch weiterbauen. Ach, komm schon. Ähm. Äh, gibt's mal im Erde? Hast du sicherlich reichlich, ne? Wo bist du? Hier. Ein Stick. Reicht erstmal. Ein Stick. Gracias, gracias. Hab ich gesagt, ein Stick, ne? Ja, bescheuert. Ein Stack, natürlich. So, weil, ich glaube, die Treppe, die kann da nämlich ein höher enden, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber genaueres werde ich jetzt gleich wissen. Wissen, Wissen, Pissen. Also nicht Pissen, sondern Wissen. Ins Gewissen, Pissen. Nein. Jetzt ist es aber. Och, Steglitz, du bist schlimm. Ich. Ja, mein Gott, nee. Weißt du, man kann sich nirgendswo mit dir hier, äh, man muss überall sich wegen dir. Und, mein Gott, wer will das schon? Okay. Okay. Siehst du, das dachte ich mir nämlich. Ah. So. Das heißt, wir können diese Ebene annehmen. Ne? Das heißt, hier muss dann hinterher auch natürlich verfüllt werden, ne? Damit wir keine Hohlräume haben. Oder die ganze Zeit die Monster spawnen. Also dann müssen wir natürlich massiv verfüllen. So, super. Hier habe ich unsere Kante. Siehste, da brauchen wir gar nicht so weit runter. Ja, lieb. Alter. Und, und schon ist der Stack Erde weg. Krass, ey. Ja, hier. Da kann ja gleich, ja, kann ja gleich angebaut werden. Ich, äh, sammle mal eben das Material ein, das Kostbare. Hm. Höhlenblues, hörst du auch den Höhlenblues? Fall ich jetzt wie dein einer rein. Oh Gott. Oh mein Gott, der Nachbar ist ein Schwein. Hm, Höhlenblues, Höhlenblues. Hörst du ihn bloß? Okay, äh, äh. Henriette Kieselbauer, du könntest hier jetzt mal eben anbauen. Mit Erde. Ähm. Allerdings, äh, würde ich auch ganz gerne... Ach, ich hab ja Erde... Hä, hat das mir gerade Erde hingeschissen? Nee, pass auf. Da sind wir ja doch ein bisschen geizig vom Material her. Das kann auch nochmal weg. Okay, und das auch. Mann, sind wir geizig. Du. Ach, hör doch auf. Du sagst doch immer, Sparmaterial, wo du nur kannst. Du. Und ich sag immer, ach mein, wir müssen doch auch mal hier den Zuschauern was bieten und mal ein bisschen Material so raushauen. Und du sagst immer, das wüsste ich aber. Das lasse ich mir überhaupt gar nicht bieten. Also müssen wir das auch nicht den Zuschauern bieten. Und ich sag dann immer, ach, ich meckere doch nicht immer so. Verdammte Scheiße. Mecker, 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 mecker. So, ich habe mal eben meine Verkabelung gerichtet. Ja, das hört sich manchmal eklig an. So, dann baue ich hier auch mal ein bisschen massiver zu, sofort. So. Alter, das ist aber schon wieder ein bisschen viel Terraforming hier mit dem Massiven. Aber nützt ja nix. Muss sein. Das ist ja sonst kacke, ne? Und wir kennen ja jemanden, der zum Beispiel nur in Hohlbauweise gebaut hat. Ja, und seitdem, ne, hört man da ja auch nix anderes mehr. Außer ihr Stöhne. Und das ihr Stöhne ist nicht vor Freude. Oh, oh. Ich brauche schon wieder Erde. Alter, jetzt geht hier aber Erde drauf. Oh, ich habe auch gar keine mehr. Kannst du mal welche runterschmeißen? Ja. Also nur die Erde. Nicht pinkeln wieder. Wo ist sie da hinten? Das ist schwierig. Super. Juhu. Alter, hier verließe ich aber auch schnell den Überblick, ey. Alter, Falter. Das ist aber hier eine ganz schöne... Also... Das ist ja schon Arbeit hier. Das stand... Das hatten wir aber so nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir wollten uns doch hier einen faulen Lens machen, hatten wir doch mal ursprünglich gesagt gehabt. Aber nein. Gibst du mir solche Aufträge, ey. Mann, Mann, Mann. Scheiße, ey. Das ist aber echt viel hier. Vor allen Dingen hier. Oh, hier. Ja, in der Höhe fehlt ja so viel Erde. Da habe ich den nächsten Stack. Alter, geht da an Erde drauf. Aber nützt alle nix. So, ich will ja jetzt hier erstmal anpassen. Wie weit muss ich denn hier reinschoffeln? Ich weiß es doch nicht. Ich muss sagen. Jetzt fängt er wieder mit seinem Kölner Dialekt. Ja, so wie die Felsen sind, ne? Machst du einfach. Genau, so bist du den Felswänden, so. Ja, und hier? Jetzt bin ich gerade wieder weggegangen. Wohin? Hier geradeaus. Wo die Schwänchen ist, da? Ja, weiß ich nicht. Machen wir hier so? Hier den Abschluss? Okay. Ja. Ja, ist ein bisschen viel weiter noch zu graben, ne? Ja, dann machen wir ungefähr so bis dahinten, wo ich gerade sagte. Und dann sehen wir, ja. So, ähm... So, machen wir hier auch sofort zu. Ja, das ist jetzt Terraforming. Aber dafür haben wir ja auch unsere ganzen Themen ja alle vorbereitet, ne? Damit wir jetzt hier richtig einen vom Stapel lassen können. Aber sowas von Stapel mäßig, ey. Scheiß die Wand an. Da stapelt sich die Kacke im Gebelk. Ich hab's nicht gesagt. Hab ich das jetzt echt hier im Let's Play gesagt? Würde ich nie machen. Also kannst du nur meine Stimme nachgemacht haben. Das kannst du echt gut. Ne, das kann ich nicht. Nein? Wieso kannst du denn nicht meine Stimme nachmachen? Die ist doch völlig unverwechselbar. Hallo, Saratze. Ja, das hast du gesagt. Hallo, Saratze. Oder das hast du gesagt. Das? Das, äh... Das, äh... Ne, ist dein Let's Play. Ich hab nichts damit zu tun. Ja, ist klar. Du sagst, ich trage die Verantwortung für alles, ne? Auch was du so vom Stapel lässt, wa? Ja. Ja, ja. Na, na, na. Geh mal pennen. Na, 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 na. Alter, geh jetzt endlich pennen, du. Das kannst du doch am besten pennen. Das kannst du doch am besten. Damit bist du doch groß geworden mit Pennen, äh, mit... Cool. Jetzt kann ich pennen hier. Warum nicht? Wieso? Monster in der Nähe, oder wat? Nö. Ist verpackt. Wat? Ernsthaft? Mhm. Ja, merkt man. Ist von alleine gerade abrupt hell geworden, ne? Ne, ich hab Bett umgestellt. Bett bei einem Loch. Falsche Loch. Andere Loch. Da würde ich auch nicht schlafen wollen. Oh, oh. Meine Erde ist klar alle. Meine Erde ist klar alle. Kannst du mir gleich nochmal wat geben? Stipps jetzt. Und jetzt? Stipps denn jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Bist du jetzt schon gestorben, oder müssen wir immer noch warten? Verdammte, Cap, Cap. Stein. Darf ich Stein hier? Verdammte Kokolores, äh, Schnores. So. Weiter. So, pass auf. Hier musst du jetzt erstmal wieder... Ach nee, das ist die Höhe, auf der wir müssen. Ach ja, richtig. Was denn jetzt? Ja, richtig. Diese Höhe, die halten wir als Boden ein. Genau. Dann ist das ja richtig. Oh, ich hab keine Erde mehr. Keine Erde mehr. Geh mal eben Erde her. Ich hab keine Erde mehr. Geh mal Erde her. Geh mal Erde her. Na, 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 na. Juhu. Die Firma Reichsgraf dankt... Reichsgrafen Industries dankt ihnen... ...für ihre Kooperation... ...und ihre... ...Kopulation. ...Kopulieren und nicht verlieren. Gut, dass nicht jeder die Begriffe kennt, ne? Beim Koopulieren nicht verlieren. Das ist aber... Erster. Du hast verloren. Du warst Erster. Oh, Alter, die... Ey, du hast mir ja nur anderthalb Stacks Erde gegeben. Schwarz. Ey, die vollen brauche ich. Ich verfülle hier den ganzen Berg... ...und der gibt mir hier ne Kinderkacke an Erde. Mach gar nichts. Ey, aber da ist doch nicht wirklich Kinderkacke noch mit drin, oder? Natürlich. Alles drin, ey. Oh Gott. Oh Gott. Wir werden alle verkacken. Wortspiel. Wortspiel, Wortspiel, Wortspiel. Ich hab keine Erde mehr, du Sackarsche. Ja, hier komm, hol dir was. Hättest du noch ein bisschen mehr geben können. Du Pennerhausen, du... Was? Du willst ja nichts haben, ey. Los, jetzt her damit. Los, jetzt hier. Hinter dir. Los, los, fass da... Hallo. Stattdessen lässt er da nur Erde liegen, ey. Hallo, werf doch mal eben, dass ich weitermachen kann. Das Let's Play muss weitergehen. Das Let's Play muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Das war's. Will der mich verkackarschen hier, ey? Die Antilopen soll... Ein Stack! Alter, ist das ne Antilopen-Ratte. Das sind doch zwei Stacks gewesen. Mein, Mann, Mann. Ja, zwei Stacks. Ausnahmsweise mal zwei. Aber nur ausnahmsweise. Und ob es weitergehen wird und wie wir gestackt werden, dann... Das werden wir nie erfahren. Denn ab jetzt geht hier der Kiesweg wieder weiter. Hä? Genau. Hier muss nämlich der Kiesweg jetzt weitergehen. Ja. Ab hier steigen wir wieder auf Kies. So, aber hier war's ja immer noch zwei von denen. So, und ab hier Kies. So, haben wir noch Zaun. Etwas Zaun habe ich noch. Spüre meinen gesamten Zaun auf dich. Boah, bloß nicht, ey. Spüre meinen gesamten Zaun, den ich dir entgegenwerfe. Hohohoho. Ja. So muss das sein, Funke Marieschen. Rosa. Hoohoho. HNOF. HNOF. Ap BUH. Ecos. Da. Vielen Dank.